hallo und herzlich willkommen zu ja etwas zu einer etwas anderen minecraft folge und zwar ich habe gestern eine stunde lang aufgenommen und zwar es war zwar nur eine farming folge aber wie ihr schon seht in dieser farming folge haben wir das obsidian und die bücherregal gemacht und jetzt habe ich noch ein problem und zwar hat diese aufnahme halt des todes geruckelt sprich die aufnahme selber hatte wahrscheinlich zehn frames per second also ist das nichts wirklich was man hochladen kann deswegen dieses kleine video einfach zu sagen yo sorry ja keine ahnung ist halt echt scheiße gelaufen vor allem war es eigentlich richtig cool war weil tatsächlich die folge sogar recht spannend war von der mining folge da wir recht schnell alles gefunden hatten und auch sehr viele fortschritte gemacht haben nichtsdestotrotz gibt es ab dieser woche halt also diese woche kommt dann halt die vierte und fünfte folge wahrscheinlich online wo wir dann halt hier weitermachen und mit dem haus anfangen hier haben wir schon so ein bisschen angefangen das wird noch ein bisschen ausgebaut von innen auf jeden Fall tut mir leid ja wir sind so bei der vierten folge wieder bis dann